Mein Name ist Hanna Schwalbe. Ich bin Pianistin. Zum Klavier bin ich eigentlich gekommen über meine Eltern, die sehr gerne Musik gehört haben und auch die klassische Musik sehr schätzen. Und zu Hause war immer ein sehr natürliches Klima, was Musik anbelangt. Wir haben sehr viel Verschiedenes gehört. In Hamburg hatten wir den Vorteil, dass meine Schwestern und ich mit meinen Eltern in Konzerte gehen konnten und dadurch eben eine große Vielfalt an Musik uns nahegebracht wurde. Zu Hause war auch immer eigentlich ein sehr kreativer Zugang zu der Musik möglich und bei mir persönlich war die Zeit beim Üben oder die Zeit am Klavier wirklich so eine Art kreative Schaffensphase und nicht irgendwie eine Art von Pflicht oder dass man möglichst viel übt. Die Musik interessiert mich grundsätzlich als Gesamtheit und nicht nur rein Pianistisch. Das war auch immer den Zugang oder ein Zugang, den ich zur Musik von zu Hause auch mitbekommen hatte. Dadurch, dass ich auch Geige gespielt hatte oder dadurch, dass wir in vielen Konzerten waren. Ich mag es auch, diesen Horizont des Denkens so zu erweitern, dass man nicht nur beim Klavier bleibt, sondern dass man sich verschiedene Werkgruppen vorstellt und eine Sonate wie eine Sinfonie behandeln kann oder wie ein Streichquartett. Musik 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 Als Pianistin neigt man dazu, dass man das mechanische Instrument überbewertet. Ich mag es aber gerne, wenn man den Fokus auf die Musik legt und auf den musikalischen Wert. Daher ist es für mich auch schön, wenn ich kamo-musikalische Werke arbeite. Man hat einen gegenseitigen Austausch mit anderen Instrumenten, erweitert dadurch irgendwie die Perspektiven, die man hat. Ich finde das gemeinsame Teilen von Kunst oder Kultur generell in einem Raum und mit anderen Menschen, also dieses Zusammenfinden vom Menschlichen ist enorm wichtig. Und ich merke immer, dass das auch ein Grund ist, weshalb das Publikum eben in die Konzertseele kommt. Dass man eben dieses gemeinsame Miteinander, diesen Moment gemeinsam festhalten will und diese Atmosphäre spüren kann. Musik ist sehr vielfältig und sehr unerschöpflich und ich freue mich darauf, noch viele Jahre Neues kennenzulernen. Musik ist sehr vielfältig und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich. Musik ist sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich. Musik ist sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich. Musik ist sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich und sehr unerschöpflich.